Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, befinde ich mich hier wieder mal auf einer Baustelle und hier wollen wir eine Duschrinne einbauen und zwar die Arco Duschrinne S+. Bevor ich mit euch nun die Duschrinne einbaue, möchte ich mir mit euch das System Shower Drain S Plus mal etwas näher anschauen. Das hier verwendete System stammt von der Firma Arco. Arco ist eine Firma, die sich auf Entwässerungen und Entwässerungssysteme spezialisiert hat. Das Shower Drain S Plus System besteht, wie ihr das hier auch erkennen könnt, aus zwei Komponenten. Zum einen haben wir hier den Rinnenkörper, könnt ihr auch als Ablaufkörper bezeichnen. Und als zweites kommt hier das Duschrinnenprofil, hier in der Variante 800 mm zum Einsatz. Dieses Duschrinnenprofil gibt es natürlich auch in verschiedenen Ausführungen und Größen, genauso wie natürlich auch hier den Rinnenkörper. Diesen gibt es in zwei Ausführungen, einmal Sperrwasserhöhe 30 mm und zum anderen Sperrwasserhöhe 50 mm. Besonders gut bei dem System gefällt mir aber die hochwertige Verarbeitung, die einfache Reinigung, der komplett entnehmbare zweiteilige Geruchsverschluss und der einfache Zugang zu den Rohrleitungen. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir verbauen hier einen Grundkörper mit einer Sperrwasserhöhe von 50 mm. Dieser sollte auch laut Norm verbaut werden. Dieser hat eine Mindesteinbautiefe von 90 mm. Ich weiß, dass es manchmal beim Altbau schwer zu realisieren ist. Hier gibt es auch noch einen zweiten Grundkörper mit einer Sperrwasserhöhe von 30 mm. Dieser hat eine Mindesteinbauhöhe von 70 mm. Jetzt kommt gleich die Frage, was ist eine Sperrwasserhöhe? Das ist ganz einfach erklärt. Ihr seht hier den Siphon und das ist die Höhe, wie das Wasser im Siphon steht. Das ist die Sperrwasserhöhe. Hier in diesem Fall 50 mm. Je nachdem, was ihr dann hier verbauen könnt, müsst ihr euch hier den richtigen Grundkörper aussuchen. Ich empfehle aber immer, den Grundkörper mit der Sperrwasserhöhe von 50 mm zu verwenden. Kommen wir zu unserer Einbausituation. Wie ihr seht, haben wir schon einige Vorbereitungen getroffen. Hier ein wichtiger Hinweis. Achtet bitte auf die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung und arbeitet bitte hier gerade bei der Installation des Grundkörpers sehr genau. Denn Fehler, die hier gemacht werden, können im Nachhinein nicht mehr korrigiert werden. Wie ihr seht, befindet sich der Grundkörper schon an der späteren Position, an der wir ihn montieren wollen. Wir wollen ihn hier mittig hinten in der Dusche montieren. Hierzu auch ein wichtiger Hinweis. Hier gibt es eigentlich zwei Einbausituationen, die ihr beachten müsst. Zum einen die Einbausituation, Grundkörper befindet sich direkt an der Wand. Oder zum anderen Einbausituation, Grundkörper befindet sich nicht an der Wand. Hier haltet ihr aber bitte ein Mindestmaß von 110 mm zur Wand ein. An dieser Stelle auch noch ein kleiner Zusatztipp. Ihr habt vorhin gesehen, dass wir den Bauzeitenschutzdeckel schon abgenommen haben. Das macht ihr bitte nicht. Der Bauzeitenschutzdeckel sollte bitte so lange auf eurem Ablaufkörper montiert bleiben, bis dieser im Estrichboden eingebracht worden ist. Übrigens hier vorne seht ihr auch eine Kante. Auf dieser Kante steht Oberkante Estrich. Das heißt hier, das ist auch eure Abziehkante für euren Estrichboden. Wenn wir natürlich dann dementsprechend unseren Ablaufkörper hier hinten an der Wand montieren wollen, stört hier hinten die Kante. Das heißt, wir können die Kante je nach Einbausituation hier einfach abbrechen. Dafür einfach den Körper so in die Hand nehmen und die Kante dann dementsprechend einmal nach unten und einmal nach oben knicken. Und somit können wir sie dann dementsprechend hier sauber abbrechen. Jetzt können wir hier unseren Grundkörper an der Wand positionieren. Und somit können wir dann dementsprechend auch unseren Grundkörper inklusive Bauzeitenschutzdeckel an der richtigen Stelle hier montieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, der noch zu beachten ist, ist natürlich jetzt die Einbauhöhe unseres Ablaufkörpers. Wie ermitteln wir diese? Das ist ganz einfach erklärt. Ich gehe jetzt einfach mal hier von unserem Fertigfußboden aus, das heißt Oberkantenfliesen. Das heißt, wir nehmen einfach einen Laser oder einen Richtschreit und überstragen dieses Maß jetzt einfach mal hier hinten an die Wand. Wir haben nun die Einstiegskante hierher übertragen. Wichtig, wir benötigen nun ein zweiprozentiges Gefälle. Wie errechnen wir das? Ganz einfach, wir haben hier ein Maß von circa einem Meter zum Ablaufkörper. Das heißt, zwei Prozent Gefälle entspricht hier zwei Zentimeter. Dieses zeichnen wir einfach hier noch einmal auf und haben dann quasi Oberkante Fertigfußboden hier aufgezeichnet. Wichtig, der Ablaufkörper kann natürlich nicht Oberkante Fertigfußboden montiert werden. Wir müssen hier natürlich noch unsere Fliesen aufbringen. Also müssen wir den Ablaufkörper nochmal circa 1,5 Zentimeter unter Oberkante Fertigfußboden montieren. Und so haben wir unsere Einbauhöhe ermittelt. Kommen wir zur Montage des Duschrinnenkörpers. Der Duschrinnenkörper wird mit den benötigten Befestigungsmaterialien sowie drei Standfüßen ausgeliefert. Die Standfüße werden einfach zusammengeklickt und von unten in den Duschrinnenkörper eingeschraubt. Wir positionieren nun den Duschrinnenkörper an der gewünschten Position und richten ihn mithilfe der Stellfüße aus. An dieser Stelle von mir aber auch nochmal ein Zusatztipp. Nicht jede Baustelle ist gleich. Ihr werdet es gleich hier in unserer Situation sehen, dass wir zum Beispiel schon auf dem Fußboden eine Dämmung aufgebracht haben. Was natürlich bedeutet, wir können hier unsere Standfüße verwenden, diese hier unten einschrauben. Wichtig, ich empfehle euch immer, wenn ihr die Standfüße verwendet, diese vielleicht auch im Vorfeld auf das Maß abzubrechen. Habt ihr die Standfüße nämlich hier durch den Deckel hindurch geschraubt, lassen diese sich eigentlich nicht mehr abbrechen, ohne den Deckel zu entfernen. Den Bauzeiten-Schutzdeckel lasst ihr aber bitte so lange drauf, bis ihr euren Estrichboden eingebracht habt. Deswegen empfehle ich euch einfach, die Füße im Vorfeld anzupassen, auszumessen und auf das richtige Maß abzubrechen. Ihr habt auch vorhin bei mir gesehen, dass wir hier die Füße zum Beispiel mit einem Imbusschlüssel in der Höhe verstellen können. Habt ihr die Füße abgebrochen, fällt diese Option natürlich weg. Was aber nicht so schlimm ist, wir können diese auch mit einem 13 mm Maulschlüssel in der Höhe verstellen und positionieren. Wenn ihr euren Ablaufkörper ordentlich auf eurer Baustelle positionieren könnt, ist das Verschrauben der Füße mitunter mit dem Fußboden gar nicht mehr nötig oder muss mitunter gar nicht vorgenommen werden. Es gibt wie gesagt Situationen, wo ein Verschrauben mitunter vielleicht gar nicht möglich ist, wie zum Beispiel in unserer Situation, da wir hier eine Dämmung aufgebracht haben, die wir nicht mehr zerstören können. Wir können natürlich auch die Füße komplett weglassen und optional gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, unseren Rinnenkörper von unten Schall zu isolieren. Denn es kann mitunter passieren, wenn jetzt hier zum Beispiel das Wasser abläuft, dass wir ein gewisses Klugergeräusch hier wahrnehmen können und dieses könnte dann in den unteren Stockwerken vernommen werden. Habt ihr zum Beispiel, wie bei uns, wir haben hier eine Dämmung, keine Dämmung vorhanden, könnt ihr natürlich hier dementsprechend ein Schallschutzbett anbringen. Dieses wird einfach hier unten auf den Rinnenkörper aufgeklebt. Das ist ganz einfach erklärt. Wir nehmen hier das Schallschutzbett, ziehen hier einfach den Schutzstreifen ab und kleben dieses hier unten auf den Rinnenkörper. So könnt ihr den Rinnenkörper nun an der Stelle aufbringen, vielleicht auch einfach nur aufsetzen. Ihr positioniert ihn sauber und betoniert ihn jetzt hier ordnungsgemäß ein. Achtet aber bitte darauf, dass ihr hier sorgfältig arbeitet und gerade wenn ihr die Standfüße nicht verwendet, dass der Rinnenkörper beim Einbetonieren oder beim Einbringen des Estrichs die Position hält und nicht aus Versehen verschoben wird. Haben wir nun den Rinnenkörper auf die Endposition gebracht und ihn dementsprechend ordnungsgemäß hier ausgerichtet und eventuell vielleicht auch befestigt, überprüft bitte nochmal eure Maße, dass dieser Rinnenkörper auch ordnungsgemäß steht und achtet auch darauf, dass dieser Wasserwaage steht. Ihr könnt ja einfach so eine Wasserwaage drauflegen und dieses nochmal überprüfen. Verwendet ihr hier die Standfüße, könnt ihr diese natürlich jetzt hier auch nochmal zum Ausrichten verwenden und so den Rinnenkörper dementsprechend ganz genau auf die richtige Position einstellen. Haben wir den Rinnenkörper nun so ordnungsgemäß ausgerichtet, muss dieser noch an das Abwassersystem, an die Abwasserrohrleitung angeschlossen werden. Hierfür empfehle ich euch, nehmt die dementsprechenden Rohre, entnehmt erstmal hier die Dichtungen, diese können einfach so hier herausgezogen werden und baut die Rohrleitung so im Vorfeld schon mal auf. So könnt ihr dementsprechend eure Rohrleitung im Vorfeld ausmessen zuschneiden und dann dementsprechend hier einbringen. Beim Einbringen müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr die Dichtungen wieder hier ordnungsgemäß einbringt und so dann dementsprechend den Rinnenkörper mit dem Abwasserleitungssystem ordentlich verbindet. An dieser Stelle auch noch ein ganz wichtiger Zusatztipp. Bevor wir natürlich jetzt hier unseren Fußboden, unseren Estrich einbringen, solltet ihr natürlich auch eure Installation nochmal komplett auf Dichtigkeit prüfen. Denn hier gemachte Fehler könnt ihr eventuell dann auch im Nachhinein nicht mehr korrigieren. Wie prüfen wir hier alles auf Dichtigkeit? Das ist auch ganz einfach erklärt. Wir haben hier unseren Bauzeiten-Schutzdeckel. Diesen müsst ihr nicht hierfür entnehmen. Hierfür ist oben auf den Bauzeiten-Schutzdeckel ein kleiner Aufkleber aufgebracht. Diesen könnt ihr ganz einfach hier aufziehen. Haben wir den Aufkleber nun so geöffnet, machen wir mit unseren Fingern hier drinnen etwas Platz, so dass wir unsere Dichtigkeitsprüfung durchführen können und geben hier so viel Wasser ein, dass dieses dann schlussendlich durch unsere Abwasserrohre abfließen kann. Nun überprüfen wir unsere Rohrleitungen auf Dichtigkeit. Ist hier alles okay. Schließen wir hier oben den Aufkleber wieder und können hier unseren Fußboden, unseren Estrich-Fußboden einbringen. Nach dem Einbringen des Estrich-Bodens lassen wir diesen ordnungsgemäß aushärten und kommen im nächsten Schritt zu unserem Grundier- und Abdichtarbeiten. Gerade zum Thema Abdichtarbeiten. Hier gibt es diverse Normen einzuhalten. Wenn ihr euch hier nicht ganz sicher seid bei der Ausführung, empfehle ich euch hier gerade bei den Abdichtarbeiten eine Fachfirma damit zu beauftragen. So werden diese fachgerecht ausgeführt. An dieser Stelle der Abdichtarbeiten kommen wir zur werkseitig angeformten Dichtmanschette. Diese dient zur Abdichtung und muss in das Abdichtsystem, wie hier zu sehen, eingearbeitet werden. Musik 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 Im letzten Schritt folgen nun die Fliesenlegerarbeiten. Ich empfehle zuerst mit dem Verlegen der Wandfliesen zu beginnen. Vor dem Verlegen der Bodenfliesen wird das Duschrinnenprofil mit Fliesenkleber bestrichen, an die richtige Position platziert und ausgerichtet. Im Anschluss verlegen wir die Bodenfliesen. Ist der Fliesenkleber nun abgetrocknet, können die Fliesen noch verfugt und die Silikonfugen eingebracht werden. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Hier an dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an die Firma Arco für das Zurverfügung stellen des Duschrinnensystems. Wenn ihr euch für dieses System interessiert, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch das System sowie weitere Informationen. Hat euch hier mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr noch mehr an meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.